Digital unterwegs. Was prüfen Sie mit diesem Gerät? Die Zukunft hat angefangen. Haben Sie kurz einen Blick darauf werfen? Ja, gerne. Gut. Tolle Sache. Das hilft sicher bei der Planung. Ja, genau. Die Software unterstützt uns bei der täglichen Arbeit. Wir können die ganze Baustelle dreidimensional darstellen und können so die einzelnen Fachbereiche präzise abholen und aufeinander abstimmen. Das hilft uns in der Ausführungsplanung sowie auf der Baustelle. Das ist die Zukunft der Baubranche? Absolut. Es wird immer mehr digital gearbeitet.